Willkommen zu Teil 4 von meinen Streaming Highlights. Schaut euch auf jeden Fall die ersten drei Teile vorher an, weil die bauen aufeinander auf. Ist ja, glaube ich, logisch. Ich werde zur Streaming Highlights eine Playlist machen, also... Ja, gönnt euch auf jeden Fall die Streaming Highlights. Wenn euch das gefällt, zeigt es mir mit einem Like und einem Kommi. Schaltet morgen wieder rein, da gibt es den nächsten Teil logischerweise. Und, ähm... Ja, ich hoffe, dass es euch gefällt. Folgt mir auf meinem Twitch, da kommt das ganze Zeug sehr, wenn es euch gefällt. Folgt mir auf meinem Insta und auf meinem Twitter. Ähm, da bekommt ihr ein bisschen Stuff aus meinem Leben mit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir bitte eure Lieblingsstelle aus dem Video in die Kommentare. Würde mich mega freuen. Bis dahin. Ciao. Ein pinker Kombi oder ein Krankenwagen, Jonas? Deine Meinung? Ich kann nämlich direkt während der Einschlaß noch bringen. Dann solltest du sein. Ich hab nicht Outfits. Ey, ich hab mir die Frau mit mir. Leute, wir runter. Ach, hier kommt ein Psychopath. Okay, soll ich mich jetzt auch noch hinten reinsetzen und wir lassen uns vor dem Bullen fahren? Das ist ein Ziel. Wenn du Eier hast, heißt das. Wer zuerst stirbt, verliert. Okay. Ich glaube, irgendwie wird es ja gleichzeitig sterben. Ach, das ging schnell. Ich dachte, ich könnte das Fenster werfen, Bruder. Paul, spring mal hier in die Brücke runter. Wie soll ich da runter springen? Mit Leertasten. Ah, okay, das ist halt wirklich eine gute Idee. Ich glaube, wir springen dann auf der falschen Seite runter. Na, ich glaube auch. Ey, wir wechseln das Auto für die Tarnung. Können wir unauffällig sein. Sagt dir der Malien ganz körperhaft. Jetzt halt die Klappe. Fahr weiter, los. Um unauffällig zu sein. Ich find's geil, wie unauffällig. So, wenn wir Stress haben in der Sikte. Jetzt fallen wir noch einen Gegenfahrkerl. Ich glaube, ich schneide davon definitiv Stream-Highlights. Also, irgendwie von euch zu nehmen, weil ich mir kurz ein Rund holen will und ihr den Chat lernt und so lange moderiert. Ja, kann das machen. Kann ich wirklich auch machen. Okay, Chad, erzähl von eurem Urlaub in Tschernobyl. Du, aber ganz nice, ne? Kindergarten Tschernobyl. Wir bringen ihre Kinder zum Strahlen. Ach, Nick, der war jetzt schon wieder so unterirdisch, ne? Du hast meinen auch schon angefasst. Ich hab dich auch schon angefasst. Ja, ich weiß, aber das werden wir jetzt nicht besprechen, Mensch. Kann mir jemand einen Enterhaken runterwerfen? Na, warte, eigentlich haben wir einen Lippi. Nick, du gibst kurz, wohin's geht. Papo Neuginea, passt das? Jetzt der Urlaub war auch schon da. Seht ihr den, seht ihr den Spiegel? 4,8 Kilometer mit der scheiß Mühle hier, Bruder. Könnt ihr auch noch einen zweiten Panzer bestellen? Können wir den einen Panzer auf dem anderen Panzer parken? Sie spielte ich schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, diese pinke, lila, äh, alles klar, pinke, lila, diese pinke Limousine zu holen, weil die halt so maximal gay ist. Und das ist halt echt lustig. Willst du jetzt hier die ganze Zeit gegen meinen Rechner fronten oder mir von deinen letzten Sau-Stories, Malia, was erzählen du auf dem Kind? Ja, wir haben halt, ähm, Piccolo oder sowas, dieses Game. Ja, das kenn ich, das ist gefährlich. Drei davon haben überhaupt mitgespielt. Einer davon hat nur Ursaft pur getrunken. Was ist denn mit dem falsch, Alter? Und Maid, und Maid und ich, wir beide, haben 90-10-Mischen getrunken. Ambitioniert, sagen wir mal so. Ich sauf halt A nicht so krass oft. Ja, ist schon ein Fehler. Klar, ich glaub, wenn ich bei euch auf dem Dorf leben, ich wär, glaub ich, dauerbesoffen. Ähm, nein, das würde nie passieren. Nies und nicht. Das würde passieren, du Affenkind. Geht weiter. Mal hier, Fahndungslevel, ich entferne jetzt das Fahndungslevel. Haben die jetzt wieder Stress? Ja. Weil die mir hinten draufgefahren sind. Ach, ihr blöde Arschlöcher. Ich geh die Arschkeigen. Oh, das Typ in BMX. Ich hab ein Fahrrad, Jungs. Nein, Jonas. Nein. Mit dem Fahrrad möchte ich jetzt fahren. Ja, okay, dann auf zum Flugplatz. Fahrstück auf. Oh, scheiße. Ich fahre jetzt ganz schnell weg. Eine Ewigkeit später. Warte, ich muss erst mal Schwung aufnehmen, den Berg hier runter. Ja, du hast jetzt. Noll. Alles klar. So, now it's my turn. Siehst du den Psychopathen, der neben dir mit dem Fahrrad fährt in dem lilanen Aufzug? Du willst ja nicht töten, weil... Ah, der blöde Arschlöcher. Ich würde dich freuen. Ich würde dich freuen? Nick, 1 bis 5, Nick, du machst die Karre kaputt. 2, 1, 5. Ah, Nick, du musst jetzt... Jetzt hab ich mir Zeilsaal gesaufen können. 실� oso 실�ene Musik .